Dachmedien. Deutschland, Österreich und Schweiz. Immer wieder stehen Familienclans wie Remo, Miri oder Abu Chaka in Verdacht, Straftaten zu verüben. Raub, Geldwäsche, Drogen- und Waffenhandel oder illegales Glücksspiel. Seit dem Jahr 2018 geht der Bundeslagebericht Organisierte Kriminalität des Bundeskriminalamts explizit auf Clan-Kriminalität ein und unterscheidet das Phänomen von anderen Formen des organisierten Verbrechens. Clan-Kriminalität gilt demnach als eine Unterform der organisierten Kriminalität und wird seitens des BKA als Straftaten durch Angehörige ethnisch abgeschotteter Subkulturen beschrieben. Die einzelnen Familien agieren laut Lagebericht des BKA nicht in ganz Deutschland, sondern konzentrieren sich auf regionale Schwerpunkte. Mehr als zwei Drittel aller Ermittlungen erfolgen in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bremen und Berlin. Wie viele Personen zu den kriminellen Familienstrukturen gehören, lässt sich kaum sagen. Wichtig ist den Ermittlern jedoch, dass einzelne Mitglieder der Familien nicht per se als kriminell eingestuft werden. Das seien nur diejenigen, die entsprechend in Erscheinung treten. Das Spektrum der Straftaten krimineller Großfamilien ist breit. Drogen- und Waffenhandel, Geldwäsche, illegales Glücksspiel, Überfälle auf rivalisierende Gruppen bis hin zum Mord. Den Großteil der kriminellen Geschäfte macht laut BKA der Handel und Schmuggel mit Rauschgift aus. Dabei agierten einige Familien auch international. Immer wieder sorgen spektakuläre Straftaten, hinter denen Clans stecken, für Schlagzeilen. Im März 2017 wurde die Big Maple Leaf, eine 100 Kilogramm schwere Goldmünze, aus dem Berliner Bode-Museum entwendet. Ihr Wert? Gut 4 Millionen Euro. Sie ist bis heute verschwunden. Mitglieder des Berliner Remmo-Clans wurden für den Diebstahl verurteilt. Nachdem die Gefahr der organisierten Kriminalität im Bereich krimineller Großfamilien lange Zeit kaum thematisiert wurde, haben einige betroffene Bundesländer das Thema mittlerweile zur Chefsache erklärt. Permanente Razzien, Hausdurchsuchungen und Kontrollen sollen in Nordrhein-Westfalen die Clan-Strukturen schwächen. Ähnlich sieht es in Berlin aus. Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul stellt klar, Von Anfang an war dabei klar, wir werden den kriminellen Clans in Nordrhein-Westfalen keine ruhige Minute mehr lassen. Diese Kriminalität besiegt man nur mit einem langen Atem. Ein weiteres Mittel, auf das verstärkt gesetzt wird, ist, kriminell erlangtes Vermögen abzuschöpfen. Sachwerte, wie etwa Immobilien, bei denen der Verdacht besteht, dass sie mit Geld aus illegalen Geschäften bezahlt wurden, dürfen von den Behörden beschlagnahmt werden. Gleiches gilt, wenn der Verdacht der Geldwäsche besteht. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über Ihr Like und Abonnement sehr freuen.